Ist das nicht ein schönes herrliches Osterbild? Bunte Blumen und ein kleines dickes Osterhäschen, das hat es mit der Fastenzeit nicht ganz so genau genommen. Aber insgesamt sieht es richtig schön aus zum Wetter an Ostern. Viel Sonnenschein, ein paar Wolken, vielleicht im Norden auch mal Regenschauer hier und da Bodenfrost, aber eben tagsüber nicht kalt, Temperaturen um die 15 Grad, das schauen wir uns alles gleich mal hier in diesem Wettervideo an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am grünen Donnerstag hier bei wetter.net. Und wir schauen auch mal auf die Niederschlagsummen. Da war ja hier und da ein sehr nasser April in Aussicht gestellt worden, aber wir müssen wahrscheinlich feststellen, auch der April wird wohl am Ende etwas zu trocken enden. Doch schauen wir zunächst mal auf die aktuelle Bilanz. Im April bisher bis zum 13. April, also bis gestern, hat der Monat eine mittlere Temperatur von 5,8 Grad. Ist damit leicht zu kühl, in den ersten 13 Tagen minus 0,3 Grad. Beim Niederschlag gab es bisher 40 Millimeter, beziehungsweise 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und damit ist das Niederschlag soll zu 71 Prozent erfüllt. Da kommt aber in den nächsten 10 bis 14 Tagen kaum noch nennenswetter Regen obendrauf. Wir schauen auf den Sonnenschein. Bisher 60 Sonnenstunden und damit ist das Sonnenschein soll jetzt zu 39 Prozent erfüllt. Und wo stehen wir aktuell in diesem April? Man hat vielleicht das Gefühl, da kam viel Regen runter, aber wir stehen aktuell hier bei knapp 40 Millimeter Niederschlag. Und da sehen wir mal die ganzen Aprilmonate seit 1881 und die Niederschlagsummen, da sind wir ganz schön weit unten zu finden. Da gab es ganz viele Aprilmonate, die waren deutlich nasser gewesen. Da müsste also unser April noch ordentlich was draufpacken. Teilweise 50 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter auf die Fläche gerechnet, damit wir irgendwo hier oben landen. Und ich sage mal so, das wird ganz schön knapp werden. Wir schauen auf die Ensemble-Vorsage für die Mitte Deutschlands und zwar mittlerweile schon bis zum 29. April. Und wir sehen bis zum 22. April, da fällt kaum was vom Himmel. Fast komplett trocken und auch danach gerade mal im Mittel 14 oder 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Einzelne Ausreißer deutlich weiter oben, 35 bis 37, aber auch ganz viele Ausreißer nach unten. Gerade mal drei, vier oder fünf Liter Niederschlag pro Quadratmeter bis zum Monatsende. Also nach dem extrem trockenen März könnte nun auch der April doch zu trocken enden. Das ist vielleicht für den einen oder anderen doch eine echte Überraschung. Wir schauen auf die Großwetterlagenkarte und das Hochreine hat momentan unser Wetter fest im Griff. Es schwächelt ein bisschen, denn hier mischt so ein bisschen aus Westen auch das Tiefpermela mit. Das bringt uns heute einzelne Schauer zum Teil auch mit Blitz und Donner. Zum Abend ziehen die langsam ab über Ostdeutschland und dann am Karfreitag überwiegend freundlich. Viele Wolken anfangs, die lösen sich später mehr und mehr auf und vor allen Dingen Richtung Karsamstag. Da kommt die Sonne hier aus Norden immer mehr zum Zug und es wird in weiten Teilen Deutschlands richtig freundlich werden am Karsamstag. Und auch der Ostersonntag und der Ostermontag könnten recht nett ausfallen. Wir blicken auf den heutigen grünen Donnerstag. Zum Nachmittag im Westen und Südwesten einzelne Schauer, teilweise Gewitter. Auch hier im Osten und Norden einzelne kurze Schauer möglich. Das Ganze bei 12 bis 20 Grad. Auch der Karfreitag freundlich. In der Mitte und im Süden anfangs dichte Wolken. Später lockern die Wolken auf und die Sonne scheint bei 14 bis 21 Grad. Im Norden sind die Wolken anfangs zahlreicher. Hier sind auch kurze Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Zum Karsamstag sehr freundlich im ganzen Land. Wir haben es eben auf dem Wolkenfilm gesehen. 12 bis 18 Grad, immer wieder Sonnenschein. Und der Blick auf die Osterfeiertage. Zunächst auf den Ostersonntag. Auch da recht angenehm. 12 bis 19 Grad, überhaupt nicht kalt im Norden. Vielleicht ein paar kurze Regenschauer möglich, sonst freundlich. Und auch der Ostermontag. Ein Mix aus Sonne und Wolken. 12 bis 17 Grad. Also auch da keine Kälte zu sehen und keinen Wintereinbruch. Nur in den frühen Morgenstunden. Da kann es hier am Sonntag und auch am Montag stellenweise leichten Luftfrost geben. Oder zumindest mal Bodenfrost. Und wie geht es nach den Osterfeiertagen weiter? Nun zum Dienstag im Norden dichtere Wolken. Ab und zu ein klein wenig Regen. Das Ganze bei Werten um die 12 bis 15 Grad. Und im Süden, da scheint auch längere Zeit die Sonne. Also wir sehen, viel Niederschlag ist da nicht zu erwarten. Und das hier ist mal der Niederschlag nach dem amerikanischen Wettermodell. Alles aufsummiert für die nächsten sieben Tage. 14. bis 22. April. Hier sehen wir Deutschland. Und da kommt verdammt wenig runter. 0 bis 5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in ganz Deutschland. Nur hier im Alpenraum, da könnte es ein bisschen mehr werden. Und danach die Tage vom 22. bis zum 30. April. Hier ist wieder Deutschland. Auch da nicht wirklich viel. 5 bis 10, teilweise um die 15 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Ein bisschen mehr Richtung Alpenrand. Aber auf die Fläche gerechnet relativ wenig Niederschlag. Bis zum 30. April. Und wir sehen auch hier schon die Prognose für den Rheinpegel bei Worms. Der Rhein war erstmal angestiegen durch den kräftigen Regen vorübergehend auf 3,50 Meter. Aber jetzt sackt das Ganze deutlich ab. Wir sind schon teilweise knapp bei 2 Meter angekommen. Und die Prognose geht davon aus, dass wir bald 1,50 Meter erreichen werden. Also die Pegel, die fallen schon wieder ziemlich kräftig ab. Kein Wunder. Es geht schon wieder darunter. Drunter unter das mittlere Wasser. Unter dem mittleren Wasserstand. Also da deutet sich wieder die Trockenheit an. Wir schauen auf den Ostersonntag auf die Frühwerte und stellen fest, wie erwähnt, hier im Osten und in der Mitte teilweise leichter Luftfrost. Um die 0 bis minus 1 Grad, sonst so 1 bis 3 Grad, 4 Grad plus. Aber auch da kann es stellenweise am Ostersonntagmorgen Bodenfrost geben. Und die Waldbrandgefahr. Tja, die steigt auch schon wieder an. Das hier ist die ganz frische aktuelle Wetterprognose in Sachen Waldbrandgefahr. Also eigentlich ist es die Waldbrandgefahrenprognose. Und wir sehen hier weit verbreitet Warnstufe 3 von 4 und punktuell im Norden und auch hier im Südwesten schon die zweithöchste Warnstufe. Am Ostersonntag die Warnstufe 4 von 5. Also da müssen wir draußen aufpassen. Bitte kein offenes Feuer auf Wiesen, auf Feldern. Das kann direkt wieder zu Wald- und Wiesenbränden führen. Da sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Die Ensemble-Prognose für Norddeutschland bis zum 30. April, die zeigt im Grunde ein konstantes Temperaturniveau um die 15, 16 Grad. Nur ganz wenige Niederschlagssignale sind zu erkennen. Wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier ein ähnlicher Verlauf. Das ist dieses Mal die Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell. Auch da wird es ein bisschen wärmer. Wir liegen meist um die 13 bis 15 Grad bis zum 29. April. Relativ ruhiges Wetter. Auch da kaum nennenswerte Niederschlagssignale zu erkennen. Und wir schauen nach Süddeutschland. Hier wieder auf die Prognose vom europäischen Wettermodell. Auch hier auf die 2 Meter Temperatur bis zum 29. April. Wir bleiben noch hier meist so um die 15 Grad bis zum 29. April. Ab und zu gibt es leichte Niederschlagssignale. Und noch der Blick nach Westdeutschland. Hier auf die Modellprognose vom amerikanischen Wettermodell GFS. Und wir sehen die Temperaturen hier in 1500 Metern Höhe. Da ist so eine braune Linie zu sehen und eine rote. Die rote ist die aktuelle Prognose. Das Mittel aus allen Berechnungen. Das andere das Klimamittel von 81 bis 2010. Und im Grunde liegen wir hier sehr eng beieinander. Und auch im Westen gilt kaum größere Niederschlagssignale in Sicht. Und zum Schluss noch der Blick auf die Mitte des Landes. Auch hier auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und wir stellen auch hier fest, es bleibt relativ konstant um das Klimamittel herum, was die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe angeht. Und dazu noch der Blick hier auf die Niederschlagsmengen. Auch da kommt nicht wirklich viel runter. Bis zum 30. April ab und zu mal ein paar zaghafte Ausschläge. Aber die großen Regensummen sind da nicht in Sicht. Und viele haben es ja auch geschrieben in den Kommentaren. Wo ist denn der große Regen im April gewesen? Es gibt durchaus viele Ecken. Da kam ganz wenig bisher runter. Im Südwesten war es deutlich nasser. Da gab es auch diesen heftigen Schneefall. Aber ansonsten ist da nicht so wirklich viel zu holen in den nächsten 7 bis 14 Tagen. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetternet auf YouTube. Tschüss und bis bald. Habt ein schönes, langes Wochenende.